Let's do this! My dear friends, ihr wisst Logok ist draußen. Ich hab den jetzt schon ein paar mal gespielt, der ist aber nicht so einfach. Wohin gehst du denn? Ich wollte hoch. Okay, ich muss stacken. Der ist leider auch relativ schnell da. Und deswegen... Ach komm, hör auf Alter, der cheatet doch. Das kann doch nicht wahr sein. Bruder, kannst du mir helfen beim Staken? Bist du so nett? Komm mit mir. Hilf mir, ich bin ein Chicken. Ich bin nur ein Hühnchen. Ein kleines Küken bin ich. Okay, ich kann das so machen. Und dann einfach so und so. Das tut weh. Ich hab leider nichts bekommen. Okay, das wird nicht. Das hast du gut gemacht, siehst du? Alles geplant, Bruder. Alles geplant. Das ist kein... Ich zieh' dir rauf, Bruder. Ich sterbe. Ich komm hier nicht weg. Es zeigt ja nicht, heute nicht. Ich muss das tun. Ich wollte das nicht. Du weißt, dass ich das nicht wollte. Du musst mir keine Wagen lassen. An meinen Händen klebt dein Schleim. Okay, alles klar. Wie können wir das nicht? Steve, ich bin hier. Bruder, wie schnell ist der jedes Mal da? Was ist los mit dir? Na hör mal. Was ist dein Problem, Bruder? Nein, das tust du nicht. Ich hab nämlich meine AK-47. Bam, Alter. Maschine, Bruder, Baller. Du schaffst das. Was ist das denn gewesen? Nein! Jetzt wird die Lage ein bisschen kritisch hier. Wieso tust du das, Digga? Du bist schon Level 18. Oh, Mist. Ich schlach dich hier rauf. Ja. Ich bin rein und so unter mich. Bam. Ja. Abbrüttet uns, Bruder. Ja. Sie geht nicht, Bruder. Sie geht nicht, Bruder, Bruder. Oh, Mann. Ich muss technisch. Ach, ich bin voll. Was redest du da? Ja, Mann. Du hast mir einen Fass-Germanschott. Maschine, Bruder. Okay, okay. Los geht. Los geht. Los geht. Bam. Oh, nein, ich muss hier raus. Bam. Bam, bam, bam. Oh, ja. Bam, Alter. Oh, ich muss hier raus. Weg hier, aber ganz schnell. Stüff, 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 stüff. Okay. Oh, da ist der Fuchs. Bam. Maschine, Bruder, ja. Maschine, Bruder. Okay, ich versuche, mich von hinten reinzusneaken. Da ist jemand. Der Logo. Bam. Das hat geknallt, Junge. Okay. Bam. Du kommst hier nicht weg. Was war das? Mach mal langsam hier. Maschine, Bruder, ja. Komm, ganz schnell nach unten jetzt. Also, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall nicht üblich, in Pokémon Unite, dass ein neues Pokémon kommt, vor allem Logo. Lass mich in Ruhe, blöd, Mann. Vor allem Logo, ein beliebtes Pokémon, das nicht OP ist. Böhm, Alter. Böhm, Alter. Mit dem liegt du auch schon, hör, was soll das? Stüff, 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 stüff. Stüff. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. We can do this. Böhm, das, der lebt. Ich muss so machen, ich muss so machen. Mach mal langsam hier. Oh, nee, der killt mich erst. Diese Dricks-Cover, Alter. Die ist sehr stark. Ich hab die selber gespielt, eine lange Zeit lang. Macht schon Spaß, mit dem zu spielen, aber Logo ist natürlich cool. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ich spinne gleich auf. Eine Minute kommt drei Quaser. Ich fange mal das da hin. Ich muss eigentlich Level 13 sein. Luft beeiligt. Boom. Und da ist Lobok. Ah, fest. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal hier hin, komm mal hier hin, Junge. Guter Junge. Ah, nein, ich wollte das machen. Ach, komm, hör doch auf, Alter. Schnell ab, Nennst 친구. Jetzt geht's ab. Schnell ab, Nennst. Ich spring da rein! Mist. Was hast du vorgehabt? Oh, vier Stück sind tot. Das ist unsere Chance, brutal darauf einzuschlagen. Bumm! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bumm! 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 Gehen wir noch mal Punkte machen. Einfach so. Guck mal, wer sammelt die Punkte schnell. Du ekelhafter. Na komm. Da kann ich nicht rein, Leute. Da kann ich aber reinballern. Oh Gott. Ich mach noch einen Punkt. Ich schaff das. Bumm! Alter! Lass mich in Ruhe! Drei! Nein! Eins! Tu es nicht! Kommt vorbei! Alles klar, let's go. Gewonnen! Boah, war doch ganz okay. Die Eule hat das Game gemacht. Sehr schön. Nichtsdestotrotz. Logok ist der Boss, Alter. Der Boss-Chicken, Alter. Tawuk! Tawuk! Ganz schwierige Season auf jeden Fall. Aber ich... Och. Tut mir leid, Leute. Ich, im Gegensatz zu dem ein oder anderen, bin nicht in Elite rangefallen. Ja! 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 So mineral, Baby. Ja! 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 Also. Ich beineffee-Bike-A Sph strikten,